...Universum voller Geheimnisse. Aber heute wird dieses Geheimnis gelüftet. Dank der Forschung wissen wir jetzt, dass das Universum fast 500 Meilen lang ist. Und es enthält, ihr werdet es kaum glauben, über 1000 Sterne! Psst, Lem, komm schon ein bisschen, Herr Peck! Und dennoch findet sich die einzig bekannte intelligente Lebensform hier auf unserem Planeten. Oh, nicht heute, nicht heute, bitte! Was war denn das? Unser Planet nach dem Angriff der Humaniacs! Die verspeisen unsere Gehirne zum Abendbrot!